Jetzt kann wirklich jede Ecke, da kann wirklich jemand stehen, das ist, wir waren jetzt gerade eben hier drin, Backstage, wo noch nichts los war und jetzt, ja, Mama, ich hab schon gar keine Hose, sowas ist, du kennst mich, das ist absolut nichts für mich. Für Schwangeren, Asthmatiker, Menschen mit Herzproblemen, Menschen mit einer empfindlichen Psyche und Menschen, die absolute Dunkelheit fürchten, unsere Skärmeckter dürfen nicht angefasst werden, jeder dürft sie euch befassen. Für beschädigte oder verlorengegangene Gegenstände übernehmen wir keine Haftung. Und ich bitte euch, schaut nicht in die Laser in der Lichterfänge, wenn es bis hier nicht geschafft hat. So, rein mit euch, ihr Feichlinge. Für unsere Meisters gelten voll. Hier geht's lang. Ich, ich so null Lust noch, ich null. Kassel. Bitte, oh, bitte Kasselgeschmeid. Setzen. Setzen. Habt ihr Angst? Ja, ich hab ja schon in die Bucke schießen. Ich hab Angst. Schade mich nicht, ich bin voll mit Schottky. Oh mein Gott, das ist nicht. So steht man ganz alleine hier immer aus. Hallo. Willkommen in unserem Krankenhaus. Bist du A, B oder Null? Was bedeutet was? Na ja, wie du sehen kannst, haben wir von beidem nichts mehr. Ja, deswegen. Also, wo ich den Scheiß vereint sage, habe ich A, B. Sehr gut. Also, wie du sehen kannst, geht unseren anderen Patienten hier großartig. Hier wird es genauso ergehen. Plus von AB brauchen wir noch ganz, ganz viele Liter. Ja, also, ich bin vielleicht, ähm, wenn ihr nun bitte einmal ein Lassenzimmer dagegen cancelt. Und wenn ihr keinen Wettaufwürgen cancelt. Das ist doch für Kinder, ne? Ja. Ich hab da so absolut gar keine Lust, wirklich. Ich hab da so absolut gar keine Lust, wirklich. Wir waren hier vorhin im kompletten Hellen drin. Jetzt sind wir im Dunkeln drin. Wie ihr seht, man sieht null was, absolut. Und das ist, wie gesagt, alles noch für Kinder. So? So. 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 Na ja, aber noch mal, ne? Ja, na ja, wird es glaube ich ein bisschen besser. Na ja, na ja! Na ja, na ja! So, und das war jetzt die erste Horror Maze. Und das war noch für Kinder. Und ich hatte jetzt schon... Ach nee! Und was denn noch? Heute Abend um 18. Das wird ja absolut... Einfach nur... Du musst in den Maze...